hallo meine lieben willkommen zu neuen kauf im foto heute haben wir ca 90 euro ausgegeben heute ist es nicht so viel aber wir kaufen immer nach rezepten ein und was wir also benötigen da brauchen wir für ein rezept zweimal hackfleisch das ist das magere hackfleisch von simmerland simmentaler rind wie gesagt zweimal dann hier hat sich marco mitgenommen für 1 euro 650 prozent günstiger und einmal so würstchen nur noch 149 dann zweimal leberkäse für die kids die lieben leberkäse und die gab es im angebot dann einmal zum kochen creme leicht neun prozent fett ach das ist noch von teedox das ist so ein katzenteppich und eine schüssel für den fett genau futter platz dann firma katzenfutter das andere steht hier dann meine karamell bonbons einmal baby vita 2 hier ist das libanlagen mitgenommen die waren ein bisschen günstiger hier hinten haben wir einmal karotten dann hier habe ich einmal dieses knosperbrot das sieht so aus das ist billiger und ist mehr drinne und ist sehr punkt ja dann habe ich fünf mal kuhquake mitgenommen kuhquake ich habe irgendwie sprach viele heute dann habe ich die gab es im angebot family pizza die sind auch für meine kids weil zwischendurch darf es auch mal pizza sein genau hier haben wir ganz viele äpfel mitgenommen ja da haben wir gleich im großen mitgenommen weil die lehrer nimmt gerne in der schule mit die emilia ist gern ein zu hause genau und ich schneide mir gerne in den quark rein hier sind die anderen zwei katzen futter also hinten hat sich marco noch zwei zwei mal so lemon cheesecake leibnitz mitgenommen dann im 50 prozent günstiger gab es diese teile hier dass wir essen die barbecue bacon das ist hier so mit zum brötchen also ein tortillier wrap zweimal einmal für marco einmal für mich wir wollen morgen wieder spargel machen da gibt es hollandaise 50 prozent weniger fett zweimal dann verlieren wieder futter weiße kraute mit kartoffeln und pastinaten kartoffelrüh püree mit gemüse und hackfleisch ganz normaler kartoffeln brei spagetti bolognese und einmal gemüse risotto dann ganz viel wurst zweimal hähnchen kochschinken zweimal putenbrust mit curry zweimal rohschinken zum kochen er hat zweimal ein heft gebraucht haben wir zweimal mitgenommen marco hat sich hier pistazien creme schokolade finde ich ja voll eklig dreimal mit gern genommen und nein ich mag keine pistazien dann hier weißes schoko und nussnucker cornifree zweimal pack eier hier ist ein klebeband ist auch von titox sowie die putzlappen dann vom kaufland wieder zuckerfreie waffeln dann haben sich die kids solche waffeln die günstigen von kaufland ausgesucht wir haben einmal meredit brauchen wir von rezept sowie ein rotkohl einmal spinat eine gurke eine wassermelone ein paar gekochte eier und beeren einmal pepsi und zweimal wasser ja mein lieben das war's und dann sehen wir uns wie immer beim nächsten mal bis dann tschüss